Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, das macht Spaß! Spaß? Halt dich an mir fest, Petri. Du bist ein Flieger und ich bin ein Schwimmer. Zusammen können wir fliegen und schwimmen. Oh, mir nicht ganz sicher. Ich kann fliegen! Spiky, komm, spring ins Wasser. Es ist schön erfrischend. Jap, jap, jap! Erfrischend für Schwimmer vielleicht. Spiky? Ja, 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 ja. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier Und immer Wind nach Hause wir In einem Land vor unserer Zeit Vor unserer Zeit Spiky! Ah, Spiky! Was machst du denn da? Vielleicht Spiky festgesteckt Na ja, dann müssen wir ihm da raushelfen Ah! 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 Er steckt immer noch fest Wenn Spiky feststeckt, wie wir ihn lose machen Entschuldige dich, Spiky! Oh nein, wo ist Spiky hin? In die Loch! In die Loch? Noch nicht gut! Vielleicht will er die kleinen Saurier sehen Nein, sie leben auf der anderen Seite vom großen Tal Vielleicht da unten was ist, etwas Grusückliches Grusückliches? Oh nein, nein, nein Spiky! Ich glaube nicht, dass Spiky mich gehört hat, denn ich habe Spiky auch nicht gehört Und ich habe ihn auch nicht gesät Sei vorsichtig, Petri Du willst doch nicht auch reinfallen Kein vollgepust Ah! Oh! Wie kriegen wir Spiky da wieder raus? Keine Ahnung Er ist kein so guter Kletterer Wir müssen Hilfe holen Hilfe ist gut Aber ich möchte Spiky nicht alleine lassen Nein, nein, nein Dann gehen wir und du bleibst hier Na schön Aber beeilt euch chen tusk כל Treuwen Genau économische Ak ihr La Gorch verb bar Die Ver La La Die Hm? Hm? Du bist dran! Ah! Igitt! Grünzeug! Freunde, schnell! Spiky steckt in Schwierigkeiten! Was hat er diesmal angestellt? Spiky in Loch gefällt! Na und? Es ist zu tief, er schafft es nicht alleine raus! Gute Güte! Wenn ich Spike wäre und in ein Loch gefallen wäre, dann würde ich lieber nicht Spike sein! Kann er sich denn nicht rausgraben? Ja! Um sich rauszugraben braucht er einen größeren Kopf! Naja, wenigstens habe ich nicht so einen kleinen Kopf! Ja, aber wenn dein Kopf auf Spikey wäre, dann wäre er nicht Spikey! Und du wärst nicht du! Ich fürchte, ich muss Ruby in diesem Fall Recht geben! Spike besitzt nicht so einen starken Dickschädel wie ein Dreihorn! Er hat auch nicht so einen langen Hals wie... Naja, wie ein Langhals! Aber wie kriegen wir Spike denn da raus? Könnten Sie uns vielleicht helfen, Spikey zu retten, Meister Plattnase? Ich denke schon, Kinder! Komm, zeig mir den Weg! Hm, das glaube ich erst, wenn ich es sehe! Da fällt mir was ein! Du bist dran! Wer ist das? Was macht der hier? Und warum ist der mein Bett? Warum fragst du ihn nicht? Dann wissen wir es! Ich frage ihn nicht! Du fragst ihn! Niemals! Du fragst ihn! Ich frage ihn! Grüß dich! Ich bin M-M-Melo und das sind meine Freunde Lydia und Plauer! Hallo! Hallo! Ich will nicht aufdringlich sein, aber darf ich dich was fragen? Wie kommst du hier runter in unsere Welt? Ich hab ihn nicht verstanden! Vielleicht können wir das auch gar nicht! Hä? Vielleicht ist der Fremde, der aus dem Geheimnisvollen oben zu uns runtergefallen ist, der Große Weiße! Was? Der Große Weiße? Was? Der Große Weiße? Das könnt ihr voll vergessen! Überleg mal, woher er gekommen ist! Ja! Also der Große Weiße! Und das ist der Große Weiße! Das ist doch wirklich kaum zu glauben, das soll der Weise sein. Er lächelt und wie groß er ist, das ist der große Weise. Er hat Augen, die man nie vergisst, ja und er ist ganz leise, oh ja. Es gibt ein geheimnisvolles Lach, ein Augenblick, der nie vergeht. Großer Weiser, zeig uns doch den Weg, komm gib uns deine Hand aus dem geheimnisvollen Land. Wie toll, da oben ist es wundervoll. Ich glaube, er ist wirklich der große Weise. Wo wollt ihr denn hin? Meister Blattnase will Spikey aus Großes Loch rausholen. Ach ja? Tja, na dann viel Glück. Spike wird es brauchen. Ich finde es nicht lustig, wenn ein junger Stachelschwanz in Schwierigkeiten steckt. Na komm, Sera. Ich zeig dir mal lieber, wie man Spike rettet. Das ist für dich, großer Weiser. Oh, großer Weiser, darf ich dich was fragen? Warum rüttelt und schüttelt die Erde sich manchmal so doll? Aber natürlich, du machst, dass der Erdboden wackelt. Oh, vielen, vielen Dank, großer Weiser. Oh, entschuldige, großer Weiser. Wann werde ich das Nest meiner Eltern verlassen können und auf eigenen Füßen stehen? Ich verstehe. Wenn meine Hörner ausgewachsen sind, werde ich soweit sein. Danke, großer Weiser. Endlich ist der große Weise bei uns angekommen. Ich bin froh, dass ihr endlich zurück seid. Und er ist ganz sicher da unten? Er ist da runtergefallen. Aber bis jetzt höre ich nur seinen Bauch grummeln. Keine Sorge, Ducky. Ich finde schon einen Weg, Spike zu retten. Vom Klugschwätzen wird er nicht gerettet. Was zählt, sind Taten. Augenblick mal, Vater Dreihorn. Das ist eine Situation, die man mit Vorsicht und Bedacht angehen muss. Ach ja? Vorsicht und Bedacht? Von wegen. Fangen wir an zu graben. Aber wenn sie an der falschen Stelle graben, dann fallen wir vielleicht alle darunter. Willst du mir etwa unterstellen, dass ich an der falschen Stelle graben konnte? Ja, wir müssen erst nachdenken. An der falschen Stelle? Ja, genau. Vom Nachdenken hat sich noch nie ein Loch gegraben. Wir müssen erst nachdenken. Wir müssen sofort handeln. Man muss erst nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Nachdenken. Ich nicht verstehe. Sie wollen helfen, Spikey, oder nicht? Wenn die beiden so weitermachen, dann helfen sie Spike niemals. Also wie kriegen wir Spike aus dem Loch raus? Oh, wenn ich das wüsste. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich glaube nicht, dass wir ihn aufwecken sollten. Oh, aber wir haben keine Wahl. Hallöchen, großer Beißer. Wuhu, großer Beißer. Hey, großer Beißer! Vielleicht tankt er gerade seine Kräfte auf. Kann sein. Aber jetzt wird es Zeit, dass er seine Kräfte einsetzt. Hey, großer Beißer! Gile, 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 gile! Oh! Gle, gile, gile! Oh, ähm, großer Weißer. Entschuldige, dass wir dich aufgeweckt haben, aber die Zeit ist gekommen. Du musst gegen die große, scheußliche Bestie antreten. Die große, scheußliche Bestie läuft auf zwei Beinen wie ein Schnellschnapper. Sie hat einen Kopf wie ein Dreihorn. Und die furchteinflößenden Augen eines Nachtwandlers. Die große, scheußliche Bestie! Danke, dass du aus dem geheimnisvollen Oben zu uns runtergekommen bist, um uns zu retten, großer Weißer. Jetzt liegt es an dir. Bis dann! Das ist ein Schnellschnapper. Das ist ein Schnellschnapper. Du hast es geschafft! Du hast die große scheußliche Bestie gefunden! Der Große Weiße hat uns gerettet! Der Große Weiße hat uns gerettet! Du bist tatsächlich der Große Weiße aus der Legende! Wenn der Boden so weich war, dass Spike dort runtergefallen ist, brauchen wir Steine, um ihn zu stabilisieren! Dafür haben wir keine Zeit! Wir müssen graben! So einfach ist die Sache nicht! Du weißt ja gar nicht, wovon du redest! Und du bist dickköpfig! Gar nicht! Ich will es nur auf meine Weise tun! Auf deine Weise? Ja! Wir machen's, wie ich's will! Ganz klar, so wie ich es will! Oh nein, mein Weg! Mein Weg! Ist besser ganz klar! Hey, ich sag dir doch! Ich hole Schweig aus dem Loch! Mein Weg! Mein Weg! Wärst du nicht mit dabei, wär längst wieder frei! Mein Weg! Mein Weg! Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft dran, dass deine Idee Erfolg haben kann! Mein Weg! Mein Weg! Nein, ich habe Recht! Ganz schlecht! Mein Weg! Nein, mein Weg! Wir machen es so, wie ich es will! Haben Sie sich denn nun endlich geeinigt? Mir nicht wissen! Mir ganz schwindelig! Tja, dann müssen wir eben selbst eine Idee haben, wie wir Spike retten können! Genau! Was ist mit diesen langen Ranken? Die sind ganz schön lang! Aber trotzdem nicht lang genug, um ihn aus dem Loch zu holen! Aber sie werden länger, wenn wir eine Ranke mit der anderen zusammenknüpfen! Lang genug, um an Spike anzukommen? Spike kann die Ranke um seinen Bauch schlingen! Dann ziehen wir die Ranke hoch und die Ranke zieht Spike hoch! Also das ist die beste Idee des Tages! Ihr große Weise zu sein, musst dich ganz schön hungrig machen! Wir haben dir das ganze Essen unserer Kolonie gebracht! Du hast uns gar nichts mehr zu sagen, klar? Du hast uns gar nichts mehr zu sagen, klar? Lass es dir schmecken! Ist das nicht so schlecht geworden? Sie sind gar nichts mehr zu sagen! Hat er große Weise Sehnsucht und möchte zurück ins Geheimnisvolle oben? Ob Spiky das wohl sieht? Was meint ihr? Sieht ganz so aus, Freunde. Schling die Ranken um deinen Bauch, Spiky. Zieh dran, wenn du so weit bist. Dann ziehen wir dich hoch, klar? Bereit? Und los! Auf Wiedersehen. Mach's gut, großer Weiser. Du hast uns vor der großen, scheußlichen Bestie beschützt. Es ist gut, wenn du ins geheimnisvolle Oben zurückkehrst und andere beschützt. Hm. Hey! Wo ist die große, scheußliche Bestie hin? Du bist nicht, Spiky. Oh nein, nein, nein. Spike wäre auch viel schwerer gewesen. Wenn Spike nicht hier ist, wo ist er dann? Ach, du musst dich entschuldigen, Spiky. Spiky? Spiky? Ja! Spiky! Jap, jap, jap! Wer war denn das? Es ist egal, wer er war, weil er weg ist. Wichtig ist nur, dass Spike der ist, der jetzt hier ist. Und das macht mich froh. Ja, ganz, ganz doll froh. Wenn du mir doch nur zuhören würdest. Warum sollte ich? Mein Weg ist besser. Aber Meister Plattnase und Vater Dreihorn, wir haben Spikey schon gerettet. Tja, also, ähm, ähm, wie schön. Wir hätten ihn früher retten können, wenn du mich nicht davon abgehalten hättest. Ja, nicht wahr? Du hast mich doch abgehalten. Hab ich nicht. Hast du doch. 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 Hast du doch.